ich bin ein mensch der sehr viel draußen ist mit den hunden unterwegs und habe so meine wünsche wenn ich durch die umgebung gehe und sage mir hier können wir was tun und hier könnte mal vielleicht wieder mal was wachsen und dann habe ich mir das immer so angeguckt wie unsere landschaft hier einfach verkahlt und das tat mir einfach zu weh und da habe ich gedacht gut okay als kirche wir haben auf dem land also müssen wir was draus machen und dann habe ich gesagt das hier wäre eine sehr gute möglichkeit um hier einen schönen naturverbund herzustellen der umweltkreis ist vor drei jahren entstanden und dort engagieren sich eine eine vielfalt von menschen aus der kirchengemeinde das besondere an der wildhecke ist dass sie eine dreireiche wildhecke ist und dass sie wirklich ein großes ausmaß hat also dass wir dort einen halben hektar bepflanzen konnten das ist schon außerordentlich und das ist mir sehr wichtig dass da ein kleiner raum entsteht wo sich natur wieder entfalten kann und wieder leben darf ich sage mal so ein hektar hecke der entspricht auch einem hektar wald in der co2 speicherung und das ist schon ein ganz schönes thema also auf dieser fläche stehen jetzt schon 1710 pflanzen und das tolle ist dass die alle angewachsen sind mein auge muss ich sagen leuchtet wenn ich das hier sehe ja weil das schon eine tolle sache so